Hey, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, schön, dass du registriert bist. Ich darf dich jetzt hier mit den ersten Infos versagen. Also nochmal ganz herzlich willkommen zu den Yoga-Tagen 2021. Wir werden uns fünf Tage live treffen auf Zoom. Und ich schicke dir hier nochmal einen Link für all die technischen Setups, so dass alles möglichst gut reibungslos verläuft. Du bekommst hier auch den Link für dein Eintrittsticket, für dein Zugangsticket, wo du alle Sprecherinnen, alle Sprecher nochmal genau erklärt findest. Und manche haben sogar besondere Willkommensgeschenke für dich bereit. Du bekommst einen Zeitplan und ein Programm. Und am Donnerstag geht's bereits los. Wir treffen die erste Sprecherin, den ersten Sprecher, immer zur vollen Stunde und gehen dann zuerst in ein kurzes Interview, in ein kurzes Gespräch. Und danach folgen dann eine halbe Stunde, 40 Minuten Vortrag, Meditation, Asana-Praxis, Workshop oder Konzert. Jeden Abend der fünf Tage haben wir ein wunderbares Konzert. Am Donnerstag beginnt es mit Pana, am Freitag Brando McMorrow, am Samstag Nitya und Ninand, am Sonntag Laela und am Montag Chayadeva. Du kannst bereits jetzt mit der von uns erstellten Playlist in die Musik reinhören, die du dann genießen kannst. Alle Sprecherinnen, alle Sprecher stehen nach ihrer Session bereit für Frage und Antwort. Und das ist wirklich meine Einladung an dich. Guck dir das Programmheft an. Schau rein, wer sind diese Leute. Klick auf deinen Website. Wir haben viele tolle Links für dich bereitgestellt. Und wenn dich etwas besonders interessiert, dann ist das diese Möglichkeit, die Fragen live zu stellen. Vielleicht, weil dich etwas besonders gerade bewegt in deinem Leben, wo du dir eine Meinung haben möchtest. Vielleicht hast du eine spezielle Frage zu dem, was sie gerade vorgetragen, gesagt oder gesungen haben. Das ist die Einladung, die Möglichkeit, dass du wirklich mit diesen tollen, bekannten Persönlichkeiten in Kontakt treten kannst. Quasi ein Meet & Greet. Und ich freue mich, dich dann persönlich zu begrüßen. Ich bin dann bei jeder dieser Sessions fünf Tage lang dabei. Und was ich noch sagen möchte, ist, wir sind auch menschlich. Wir sind super bemüht. Wir haben über drei Monate jetzt daran organisiert. Und es kann sein, dass das eine oder andere vielleicht nicht ganz perfekt ist, aber hey, nobody's perfect. Was uns wichtig ist, ist, dass wir das zusammen genießen können. Wir sind da. Wenn es irgendwelche Fragen gibt oder wir dich noch unterstützen können, schreibe uns gerne, gib uns gerne ein Feedback. Wir bekommen super viele Anfragen. Also es kann einen Moment dauern. Aber wir freuen uns alle, dass wir das zusammen machen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderbare Zeit. Halte deine Yogamatte bereit. Prepare your space. Hol dir eine Tasse Tee, ein Notizbuch, einen Stift. Und auf geht's. Von Herzen alles Liebe.